Die Ich-Identität will nicht beobachten. Sie dreht sich um sich selbst. Oder wir könnten als Untertitel sagen, mehr als ich. Es geht immer wieder darum, dass wir bemerken, dass uns klar wird, dass uns bewusst wird, dass wir nicht nur ein Individuum sind oder eine Persönlichkeit sind. Und das ist also im weitesten Sinne nicht um Dich, um mich, um das Ich geht. Ich will, ich mache, mir steht zu, ich leide, ich bin krank. Ich im Sinne dieser Identifikation, dieser immer wiederkehrenden Identifikation, es bin ja nur ich oder ich bin alles. Im Sinne dieser absoluten Großheit, ich bin super und ich bin mächtig und ich vermöge vieles. Oder eben auf der anderen Seite die Minderwertigkeit, genau das Gleiche, die Minderwertigkeit, genauso wie der Größenwahn oder dieser Glaube daran, Ich kann alles und mir steht alles zu, ist eine einseitige Sichtweise, ein einseitiges Bewusstwerden seiner selbst. Es ist keine Frage, dass jeder von uns in der Welt ist, in dieser Einmaligkeit und Individualität. Und das hat einen Sinn, das ist sehr wichtig, dass es so ist, das ist nicht zu verkennen. Aber gleichzeitig ist eben dieses Ich, das wir sind, stets und immer wieder aufgefordert, weiterzuwerden, sich hineinzugeben, in den anderen Menschen zum Beispiel, sich auf den anderen Menschen einzustellen, Mitgefühl zu haben, zu bemerken, dass alles ineinander dringt geradezu oder alles ineinander fließt und alles in dem Sinne vorhanden ist, über mein Ichsein hinaus, über meine Bedürfnisse hinaus, über meine Eigenheiten, meine Besonderheiten hinaus. Ich schenke der Welt die Besonderheit, meine Besonderheit und die Welt schenkt mir ihre Besonderheiten, wer immer an der Welt beteiligt ist und das ist natürlich sehr vieles und all das viele gilt es immer wieder zu entdecken. Aber der Ich-Identität, wenn sie nur auf sich beschränkt ist, fällt es sehr schwer, die Welt zuzulassen, zu beobachten, in der Welt zu fließen, in diesem Fluss miteinander zu sein. Weil sie sich immer als etwas sehr Wichtiges betrachtet, als etwas sehr Wesentliches. Weil sie immer Angst hat, sie könnte untergehen. Weil sie Angst hat, sie könnte zu kurz kommen. Weil sie Angst hat, sie erreicht etwas nicht. Sie erreicht ihre Pläne, ihre Ziele, ihre Wünsche nicht. Und sie kommt zu kurz. Und deswegen nimmt sie sich eben aus der Welt alles Mögliche, um sich zu nähren. Um sich zu formen, um schön zu sein, um brillant zu sein, um zu glänzen, um ein super Wissen zu haben, einen tollen Doktorandenabschluss und all diese Geschichten, die wir immer wieder kennen und die uns immer wieder im Leben begegnen. Und genau das ist das Problem der modernen Menschen. Aber das war auch schon das Problem der früheren Menschen, egal in welche Epoche wir schauen. Es ist immer wieder eine hehre Herausforderung. Und darum geht es hier. Zu sagen so, ich bin recht, so wie ich bin. Und ich bin wichtig, denn ich füge der gesamten Existenz etwas mit mir zu, was wertvoll ist und was sinnvoll ist. Und was einen Sinn macht und eben seinen Sinn erfüllt im Laufe meines Lebens. Aber wenn ich nicht in der Lage bin, über mich selbst hinauszuschauen und zu bemerken, was gibt es denn da? In was laufe ich denn da gerade? Was rieche ich denn da? Was bemerke ich da an anderen Individuen? Und was tun die? Die nicht im Sinne, dass es mir zugutekommt und sie mir huldigen oder mir noch mehr Aufmerksamkeit in meiner einseitigen Persönlichkeit schenken, sondern im Sinne, da ist etwas, was ein Miteinander darstellt. Also ein Mensch, der das erkennt und ein Mensch, der darin fließt, buchstäblich fließt, der bemerkt, dass sich alles wechselseitig bedingt und hält und vorhanden ist. Und dass das alles wesentlich ist, alles, ich betone alles. Und er verliert dadurch seine Egozentrik, weil er natürlich bemerkt, er ist immer wieder eine Zumutung, sie ist immer wieder eine Herausforderung, er ist immer wieder auffällig oder er schmückt sich mit allem Möglichen aus dieser Umwelt, damit er eben der Bessere ist, damit er der Schönere ist und so weiter und so weiter. Und insofern ist diese Position, nennen wir es jetzt Achtsamkeit oder Mindfulness, des Zulassens, was da ist, der Beobachtung der Welt, in der Welt drin zu sein und mit der Welt zu sein im Einklang, und Einklang bedeutet, mir bleibt nichts anderes übrig, als die Welt so zu nehmen, wie sie ist, im Guten wie im Schlechten. Und da ist natürlich dieser Dualismus, der uns immer wieder hinderlich sein kann, weil wir eben zu dem Schönen, Besten streben, zu dem Guten, zu der Wellness, zu dem sich gut gehen lassen, aber auf der anderen Seite eben das Leid da ist, das natürliche Leid oder die Hürden oder die Probleme, denen wir immer wieder begegnen, die Herausforderungen, den Schmerz, das Nichtschöne, das Unangenehme, mit dem wir eben genauso sein müssen, wie mit dem Angenehmen. Und wenn wir das begreifen, im Sinne einer Achtsamkeit, im Sinne des Über-sich-Hinaus-Gehens, des Bemerkens einfach auch, ich bin sehr willkommen in der Welt, die Welt ist mit mir und ich bin mit der Welt, aber es ist keineswegs so, dass ich nur ständig an mich denke, ich muss, ich will, ich muss, mir geht es nicht gut, ich brauche. Ich bemerke, ich bin mir jetzt der Nächste, ich bin selbst der Wichtigste. Seht zu, wie ihr anderen, seht zu, wie du Wald, seht zu, wie du Hund, wie du Katze, wer auch immer klarkommst. Ich muss jetzt für mich sorgen. Das ist die falsche Haltung. Sondern das Sorgen ist immer ein umfangreiches Sorgen, ein Sorgen miteinander. Wenn es dem anderen schlecht geht, geht es mir irgendwo auch schlecht. Das ist ja schon das Mitgefühl. Wenn es dem anderen gut geht, geht es mir auch gut. Wenn sich andere Menschen freuen, dann freue ich mich auch. Wenn ich mich freue, können sich andere auch freuen. Das entfacht sich und bedingt sich alles wechselseitig. Das ist der Punkt. Und insofern ist es dann eher diese Lass-zu-Position, dieses Beobachten, dieses Fließen. Die Welt ist da, dass wir alles, dass alles eben miteinander da ist. Und dass für jeden etwas da ist. Jeder bekommt etwas in dieser Vielfalt, in dieser Reichhaltigkeit. Und es gibt so viele Dinge, die sich zeigen in diesem Vielerlei. So viele Möglichkeiten, die man eingehen kann, aber die nicht auf einen selbst und nur auf einen selbst bezogen sind. Im Sinne dessen, ich häufe jetzt Reichtum an oder ich besitze alles Mögliche. Ich besitze eben Wissen und ich bin ein absoluter Experte, eine Expertin und ich bin dadurch mächtig. Und ich horte das alles an. Das sind Dinge, die nicht haltbar sind. Sondern haltbar ist nur die Welt an sich, wie sie existiert. Mit allem Drum und Dran. Mit der kleinsten Kleinigkeit, die vorhanden ist und der größten Größigkeit, wenn ich es so nenne. Und das ist das Entscheidende. Und insofern wäre es eher diese Position des Beobachtens. Oder mir gefällt der englische Begriff tatsächlich besser. Der Mindfulness. Und es ist voll, voll, voll mit allem. Wir sind in unserem Mind voll mit allem. Wir werden genährt durch die Welt. Und gleichzeitig nähren wir eben die Welt mit uns, durch uns. Wegen uns. Das ist das Entscheidende. Und wenn du das Gefühl hast oder in diese Richtung gehst in deinem Leben oder den Eindruck hast, wenn du dich dafür interessierst und offen bist, dass du immer mehr in diese Richtung gehst und gehen kannst und gehen magst, dann geht es dir einfach besser, um es schlichtweg zu sagen. Es geht dir besser. Weil du dich nicht mehr einsam und allein fühlst. Weil du nicht mehr deprimiert bist um deiner Selbstwillen. Und Depression ist nichts weiter als etwas sehr Egozentrisches. Entschuldigung, ich muss das so sagen. Man sagt ja oft, mein Gott, die armen Menschen, die in einer Depression sind. Aber die Depression ist nichts weiter als dieses Negativdrehen um sich selber. Genauso wie auf der anderen Seite die Euphorie. Oder dieses Aufhebensmachen um einen selbst. Dieser Star-Kult. Dieses Wir sind Star unserer Selbst. Und immer wieder der Hauptprotagonist, die Hauptprotagonistin. Das ist es natürlich nicht. Insofern ist es dieser mindvolle Umgang oder eben dieser Beobachtungs-, dieser achtsame Umgang mit den Dingen. Das ist gemeint mit dem Begriff der Achtsamkeit. Beobachten kann natürlich sehr schnell das Missverständnis erzeugen, dass ich mich abspalte, dass ich mich innerlich zurückziehe. Und dass ich die Welt nur beobachte, aber nicht an der Welt teilnehme. Insofern gespalten bin, wie meinetwegen jemand, der schizophren ist, der gespalten ist in seiner Psyche und das gar nicht annimmt und wahrnimmt, sondern nur schwärmt davon. Oder nur eine Sehnsucht hat danach, aber er erreicht es nie, weil er sich auf die Welt nicht einlässt. Das ist es nicht. Hier ist es ganz wichtig, dass es ein Einlassen auf die Welt ist. Die Welt ist sehr wichtig. Es geht immer wieder um die Begegnung. Die Begegnung in einem gewissen Maß. In dem einen oder anderen Fall natürlich die Verschmelzung. Die Verschmelzung mit etwas oder mit jemand anderem. Aber eben immer in dem Bewusstsein, dass ich trotzdem noch ich selbst bin und mich nicht darin verliere, sondern meine Identität natürlich wichtig ist, aber eben nicht absolut. in dem Negativen, in dem Nichtigen, in dem Nichtwertsein und auf der anderen Seite eben in dieser Überwertigkeit, die wir annehmen können. Und insofern ist es tatsächlich das Tätigsein in der Welt, in die Welt hineinschreiten. Die Welt zum Gesprächspartner machen, zum Dialogpartner, zum Begegnungspartner, zum Kooperationspartner, zum Miteinandersein. Und manchmal ist das Miteinandersein, wie gesagt, sehr intim und sehr nah und stark im Sinne eines Verschmelzens. Und dann keimt eben das Bewusstsein auf, tatsächlich alles ist miteinander ganz stark. Aber das ist natürlich dann begrenzt und dann bist du wieder du selbst und gleichzeitig wieder in der Welt drin. Und der Mensch, der diese Haltung in seinem Leben immer mehr annimmt und sich dessen bewusst ist, der führt, wie gesagt, ein gutes Leben, weil er mit allem ist. Und weil seine Ich-Identität nicht egozentrisch ist, sondern stets in dem Bewusstsein, dass alles zusammenhängt und alles wichtig ist und wertvoll ist. Insofern, die Ich-Identität will nicht beobachten, sondern sie dreht sich um sich selbst. Das wäre eben die negative Aussage für das, was ich versucht habe, hier positiv darzustellen. Es ist immer mehr als ich.